Der Immocoach Herzlich Willkommen zu diesem Infovideo des Immocoach. Mein Name ist Hakan Zietag und ich bin der Immocoach. Sie haben also Ihre Entscheidung getroffen. Sie möchten Ihre Immobilie selbst und zwar ohne die Hilfe eines Maklers verkaufen. Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie, dann sind Sie hier auch genau richtig. Der Immocoach ist Deutschlands erste und größte Online-Akademie für Eigentümer, die ihre Immobilie selbst verkaufen möchten. Die Online-Akademie beinhaltet unterstützende Online-Kurse, Seminare, anschauliche Videos und sämtliche hilfreichen Vorlagen zu den Themen Verkauf von Immobilien. Und in verständlicher Sprache erkläre ich hier, wie man sich selber effektiv vorbereitet, um eben die eigene Immobilie selbst effektiv und erfolgreich zu vermitteln. Und ich starte mal direkt auch schon mit der Verkaufsakademie los, damit Sie eben auch wissen, was bekommen Sie denn überhaupt für Ihr Geld in der Verkaufsakademie. Im Prinzip müssen Sie dann die Website hier so ein bisschen runterscrollen, bis auf diesen Button Immobilie selbst verkaufen. Wenn Sie hier dann draufklicken, dann können Sie sich natürlich hier vorab schon mal informieren, was es hier in der Verkaufsakademie dann eben auch gibt. Das ist unser Tipp, zum Beispiel unser meistproduktes oder meistverkauftes Produkt, die Standardversion. Das reicht für Sie auch komplett aus. Die aktuell aufgerufenen 197 Euro, das ist ein Einführungspreis. Und ich glaube, diesen Preis werden wir auch so lange nicht mehr anbieten können. Das ist schon eine Kennenlernaktion, die wir aktuell noch anbieten. Und des Weiteren, wenn Sie weiter runterscrollen, können Sie sich hier nochmal im Groben informieren, was es dann hier alles an Informationen in der Akademie gibt. Und wenn Sie sich dann für dieses Produkt dann eben auch interessieren, dann klicken Sie bitte hier in den Warenkorb-Symbol und dann kommen Sie dritt auf eine Bestellseite von Digistore24. Digistore24 ist eines der größten Online-Bezahlsysteme. Also alles auch recht sicher. Im Prinzip ist es eine geprüfte Datensicherheit, kompetente Support etc. Und das läuft dann eben auch alles voll automatisiert ab. Sie können als Privatperson oder sogar auch als Unternehmen dann eben auch bestellen, geben dann Ihre Kontaktdaten an und wählen dann das Bezahlsystem dann eben auch aus. Also sei es PayPal, Visa, Sofortüberweisung oder Vorkasse, Rechnung. Und sobald Sie dann die Bestellung dann eben auch durchgeführt haben, kommen Sie auch schon direkt in den Zugangsbereich bzw. in den Dashboard des Mitgliederbereichs. So würde das dann in der Navigation eben auch ausschauen. Und in der Akademie selbst, ich klicke mal direkt auf das Bild rein, sind hier insgesamt 16 Lektionen aufgebaut. Warum 16 Lektionen bzw. eben auch mit der Nummerierung? Das ist ein strukturierter Ablaufplan, damit Sie dann eben auch Punkt für Punkt eben auch nichts vergessen und sich eben auch sorgfältig für den Verkauf dann eben auch vorbereiten können. Hier in die Lektion 1 gehe ich jetzt nicht ein, weil es ist auch im offenen Zugangsbereich oder im offenen Mitgliederbereich dann eben auch frei zugänglich. Das haben Sie sicherlich auch schon ausgearbeitet. Also hier finden Sie im Prinzip Ratgeber zu den unterschiedlichen Lebenssituationen, sei es zum Beispiel Immobilien im Alter, Immobilien im Scheidungsfall oder auch Immobilie im Erbfall. Die Akademie, die Verkaufsakademie startet im Prinzip dritt mit der Lektion 2. Da müssen Sie auch nur mit der Maus draufklicken. Da kommen Sie auch schon dritt mit einem Vorwort oder Begrüßung. Begrüße ich Sie hier und das können Sie sich das Video über diesen Playbutton dann eben auch anschauen. Und richtig los geht es dann hier für Sie mit der Planung, also dem Punkt 2. Zu jedem Video haben wir auch einen Leitfaden. Also Sie können sich hier das Video anschauen und wenn Sie noch mal etwas nicht verstanden haben, können Sie sich natürlich das Video in voller Länge nochmals oder immer wieder anschauen. Und wenn Sie etwas nachlesen möchten, dann können Sie hier zum Beispiel auf dieses PDF-Symbol Leitfadenplanungsmodule draufklicken und da können Sie sich das entsprechend alles noch mal notieren. Sie können sich natürlich diese Datei auch ausdrucken und Ihre eigenen Notizen hier dann eben auch eintragen. Und innerhalb der Lektion gibt es hier noch einen Reiter auf Weiter. Und da können Sie dann im Prinzip, wenn Sie zum Beispiel diese Lektion abgeschlossen haben, hier in diesem Bereich abhaken, draufklicken, dann weiß das System, okay, diese Lektion ist abgeschlossen. Das ist dann eben auch für Sie übersichtlicher. Das verfolgt dann eben auch Ihren Lernfortschritt. Im Prinzip ist es dann so in der Lektion 2, also das ist dann die Vorbereitung. Das fängt dann eben mit der Planung an, dann die Verkaufsdauer richtig einzuschätzen. Dann gibt es noch eine Live-Berechnung. Also wir stellen Ihnen nicht nur PDF-Dateien, sondern eben auch Excel-Vorlagen. Also zu jedem Video gibt es dann eben auch eine entsprechende Vorlage, auch in schriftlicher Version, was Ihnen das Leben oder Ihr Vorhaben des eigenständigen Verkaufs dann eben auch definitiv erleichtern wird. Und es ist dann eben auch so, ich kenne kein einziges Portal oder Informationsportal, was Ihnen so viele an Vorlagen und Informationen zur Verfügung stellt, wie es die Online-Akademie der Immo-Coach dann eben auch tun würde. Im Prinzip, Sie sehen hier ab der Lektion 3 geht es dann eben auch richtig los, wie zum Beispiel die benötigten Unterlagen. Und dann ist es auch so aufgeteilt, jeder Immobilie-Typ ist ja ein bisschen anders, wie zum Beispiel eine Eigentumswohnung, ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus. Je nachdem werden hier auch unterschiedliche Unterlagen dann eben auch benötigt, beziehungsweise angefordert. Also im Prinzip die Kombination von Online- und Offline-Lernen. Also im Prinzip ist es so, dass Sie sich das Video anschauen können und dazu eben anhand eines PDF-Dateis, einer PDF-Datei, alles nochmal nachlesen können. Und des Weiteren gibt es hier auch noch Excel-Vorlagen, die Sie eben auch entsprechend bearbeiten können, sich hier in diesem Fall eine Mieter- oder Kautionsliste erstellen können. Oder zum Beispiel, wenn Unterlagen fehlen sollten. Also hier unter Punkt 2, Anforderungen der fehlenden Unterlagen. Jetzt schauen Sie mal ganz genau, wie viele Vorlagen Sie hier überhaupt als Wörter schon haben. Also wir haben alles für Sie vorbereitet. Im Prinzip ist es dann eben auch so, welche Unterlagen zum Beispiel fehlen bei einer Eigentumswohnung, Altlasten, Archivakten, Baulasten, damit Sie eben auch nichts vergessen. Und selbst einige Profis, also Profimakler, mit denen ich hier auch schon gesprochen habe, die meinten, wow, an so vielen Vorlagen, da gibt es wirklich so einiges an Futter. Und die Akademie ist dann wirklich so aufgebaut, dass Sie hier auch nichts übersehen oder vergessen können. Es ist mehr als Sie sich vielleicht denken, Aber dieser strukturierte Ablaufplan und Punkt für Punkt, das wird Ihnen definitiv auch das Leben dann eben auch erleichtern. Also im Prinzip finden Sie zu jedem Thema, sei es Wohnflächenberechnung oder eben auch zum Beispiel bei einem Einfamilienhaus Berechnung der Brutto-Grundfläche, alles an Informationen, die Sie eben auch benötigen würden. Und sobald eben auch eine Lektion abgeschlossen ist, auf dieses Symbol abhaken, klicken und schon sind Sie damit durch. Ich zeige Ihnen auch nochmal zum Beispiel mit dem Exposé, wie hochwertig diese Vorlagen dann eben auch überhaupt ausschauen. Also was muss zum Beispiel, oder wie sieht eine Zielgruppenorientierte Immobilien- oder Lagebeschreibung aus, damit geht es dann eben auch los. Oder wie muss dann überhaupt ein Exposé aussehen, beziehungsweise was muss es alles enthalten. Und hier stellen wir Ihnen auch mehrere Varianten von Exposés dann eben auch zur Verfügung. Wenn Sie zum Beispiel mit Word eine relativ einfache, schicke, schickes Exposé dann eben auch vorbereiten möchten, haben Sie hier die Vorlage. Aber wenn Sie ja zum Beispiel in Adobe InDesign so ein bisschen layouttechnisch versierter sind, dann können Sie sich auch das runterladen. Und ich zeige Ihnen erstmal, wie das hier ausschaut. Also es ist eine professionelle Layout-Vorlage in Adobe InDesign. Und wie gesagt, wenn Sie hier versiert sind, dann können Sie sich das runterladen, das bearbeiten. Und ehrlich gesagt, allein diese Exposé-Vorlage, wenn Sie das dann vom professionellen Layouter sich erstellen lassen würden. Ja, kostet schon um die 500 Euro. Und wir bieten en masse, also Lektion für Lektion, all diese Vorlagen für nur zu einem Preis von 197 Euro. Und wie gesagt, ich wiederhole mich zwar hier, es gibt kaum ein Informationsportal, was so viel an Know-how, so viel an Informationen, so viel an Vorlagen, die Ihnen definitiv das Leben dann eben auch erleichtern wird, was wir Ihnen eben auch an die Hand geben. Und ich kann jetzt nicht hier auf jede Lektion oder jeden Navigationspunkt hier eingehen, weil sonst würde die Zeit hier sehr lang dann eben auch werden. Was ich Ihnen auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, wenn Sie die Immobilie selbst verkaufen möchten, ist die Online-Akademie bzw. die Verkaufsakademie für den Verkauf definitiv das Richtige für Sie. Hier werden Sie Schritt für Schritt an die Hand genommen und dann effektiv vorbereitet, so dass Sie dann eben auch einen erfolgreichen Verkauf in der Eigenregie tatsächlich auch in die Tat umsetzen können. Denn schließlich geht es ja auch darum, die Immobilie ist eines der größten Vermögenswerte, die man eben auch besitzt und das sollte man eben auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und ansonsten all diejenigen, die eben die Verkaufsakademie dann eben auch buchen, denen wünsche ich viel Erfolg, viele Aha-Effekte und ansonsten, wenn Sie Probleme haben, können Sie mich gerne natürlich auch kontaktieren. Ich bin immer mit einem offenen Ohr für Sie da. Ihr Hakan Zietag, der Immocoach. Der Immocoach.